Dienstagabend 17 Uhr. Die Schleierfahnder Peter und Michael von der Grenzpolizei Passau sind auf der A3 unterwegs. An der Grenze zu Österreich halten sie Ausschau nach auffälligen Fahrzeugen. Jetzt ist an uns ein Fahrzeug vorbeigefahren mit Rottweiler Zulassung. Den unterziehen wir jetzt noch in der Kontrolle. Also unsere Hauptaufgabe liegt in der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Sprich dazu gehören Eigentumsdelikte, dann natürlich die Rauschgiftdelikte, sämtliche Arten von Drogen, Arzneimitteln, illegale Einreise, illegaler Aufenthalt, Urkunstdelikte, also sämtliche Fälschungen vom Führerschein, Personalausweisen, Fahrzeugpapieren, Versicherungen. Natürlich fallen auch Verkehrsdelikte in unser Raster, wir fahren ohne Fahrerlaubnis, Verschiebungen von hochwertigen Fahrzeugen ins Ausland und diverse weitere Verstöße. Die beiden lotsen den Autofahrer kurz vor dem Grenzübergang Soben auf einen Parkplatz. So, hallo, grüß Gott. Eine Polizeikontrolle. Sie sprechen Deutsch? Sehr gut. Ich brauche bitte Führerschein, Ausweis und Fahrzeugpapiere. Genau. Dann brauche ich noch den Führerschein. Okay. Genau. Wo geht es bei Ihnen hin, die Reise? Ungarn. Ungarn. Wie gesagt, Routinekontrolle, nichts falsch gemacht. Wir schauen auf der Autobahn nach gestohlenen und verbotenen Sachen. Jetzt ist meine Frage. Irgendwas im Auto, was nicht erlaubt ist. Pfefferspray, Messer, Marihuana? Nein. Nix. Ich bin gefunden, das ist nicht meine. Okay, okay. Genau. Steigen Sie bitte mal aus, dann schauen wir ins Fahrzeug rein. Haben Sie selbst irgendwas in der Hosentasche, was nicht erlaubt ist? Nein, keine. Nix. Okay. Dann schauen wir noch in den Kofferraum rein. Familienreise oder? Nein. Ich gehe zu Hause. Komplett zu Hause. Okay. Umzug noch. Okay. Sie ziehen quasi aus Deutschland weg nach Ungarn jetzt, oder wie? Ja. Sind Sie noch gemeldet aktuell in Deutschland? Abgemeldet. Abgemeldet. Ja. Okay. Gell. Hast du Papier? Ja, schauen wir gleich alles nach. Ich schaue kurz ins Fahrzeug. Sie dürfen einfach bei Kollegen waren. Michael durchsucht das Auto. Bei der Auswahl der Fahrzeuge, die sie kontrollieren, verlassen sich die beiden auf ihr Bauchgefühl. Nicht immer landen sie dabei einen Treffer. Fahrzeug aktuell. Passt alles. Schauen wir noch die letzten Sachen durch. Okay. Okay. Dann dürfen Sie kurz warten. Wir überprüfen noch alles. Und dann, wenn nichts fehlt, dürfen Sie weiterfahren. Der Herr hat sich in Deutschland abgemeldet und zieht zurück nach Ungarn. Genau. Jetzt ist sein letztes Hab und Gut, sag ich einmal, im Fahrzeug. Jetzt überprüfen wir den Herr noch. Und wenn alles gut ist, kann er seine Weiterfahrt andrehen. Die Schleierfahnder kontrollieren die Papiere des Mannes. Dabei fällt ihnen ein Aufkleber auf dem Führerschein auf. Okay. Bei dem Herrn haben wir jetzt festgestellt, dass er eine unanfechtbare Aberkennung hat, das Recht von einem ausländischen Fahrerlaubnis gebraucht zu machen. Wir haben jetzt auch den Führerschein. Der Herr hat in Deutschland zu viele Punkte erreicht. Deshalb ist ihm von der zuständigen Führerscheinstelle das Recht aberkannt worden, von seiner ungarischen Fahrerlaubnis in Deutschland gebraucht zu machen. Auf der Rückseite ist ein Deutschlandzeichen angebracht worden, ein Vermerk, das durchgestrichen ist. Das sagt uns, dass er in Deutschland damit nicht fahren darf. Das Gleiche sagt mir auch der Polizeicomputer. Der Herr hat jetzt ein Fahren ohne Fahrerlaubnis begangen. Das teilen wir jetzt mit. Die Weiterfahrt ist hier unterbunden. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Fahrzeug und die Person dann zur Dienststelle verbringen. Auch ausländische Fahrer bekommen Punkte in Flensburg. Bei diesem Mann sind es zu viele. Sie sprechen gut Deutsch oder ein bisschen Deutsch? Sie wissen aktuell, was das Problem ist, oder? Ich weiß, ich weiß. Sie dürfen in Deutschland kein Fahrzeug führen. Sie sind jetzt Beschuldigter wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, also Beschuldigter in einem Strafverfahren. Ihnen steht es jetzt frei, dass Sie sich zu der ganzen Sache äußern möchten oder nicht. Wir können einen Rechtsanwalt involvieren, das Ganze, können Beweismittel erheben. Personale müssen es mal angeben, aber es passiert durch die Aushändigung. Genau, die weiteren Schritte sind jetzt, die Weiterfahrt ist hier unterbunden. Sie dürfen nicht mehr weiterfahren in Deutschland mit diesem Führerschein. Ja, aber bis die Grenze aufgeht nicht. Aktuell sind wir in Deutschland. Aktuell dürfen Sie ab hier nicht mehr fahren. Ja, aber ich habe zu Hause bringt die Auto und, und... Naja, das nützt aktuell nichts, wenn Sie in Deutschland nicht fahren dürfen. Genau, wir fahren jetzt auf einmal auf die Dienststelle. Wir schauen, wenn das Fahrzeug uns hier jetzt irgendwie auf die Dienststelle bringen. Alles weiter erklären wir auch bei uns auf der Dienststelle. Wir müssen kurz eine Vernehmung mit Ihnen machen, ein Protokoll aufnehmen. Und dann können wir uns darum kümmern, dass wir Sie und das Fahrzeug vielleicht irgendwann an die österreichische Grenze bringen. Okay? Aber aktuell... Aktuell dürfen Sie jetzt in Deutschland nicht fahren. Ich weiß, ich weiß. Und Sie sind ja bereits gefahren. Das ist das Problem. Ja. Aber keine Leute. Ja, das Weitere regeln wir dann auf der Dienststelle. Okay. Okay? So weit haben Sie jetzt verstanden, oder? Ja. Sehr gut. Okay. Ich muss jetzt ganz direkt sagen, das war jetzt ja sein Pech, dass wir jetzt kurz vor der Grenze noch eine Kontrolle unterzogen haben. Aber er ist ja schon die Strecke bis zu dieser österreichischen Grenze, oder bis kurz vor der Grenze gefahren. Also die Straftat hat er ja schon begangen. Wir haben jetzt zur Unterstützung eine zweite Streife hinzugezogen, die uns bei einem Transport von dem Herrn auch zur Dienststelle behilflich ist. Wie gesagt, der Michi fährt das Auto von dem Herrn mit dessen sein Einverständnis und der Beschuligte fährt jetzt mit mir und mit meinem Kollegen. Der Mann muss mit zur Dienststelle. Später stellt sich heraus, dass er mehr als 200 Punkte in Flensburg hat. Im Laufe der weiteren Ermittlungen haben wir dann festgestellt, dass bereits hier in Fahlen und Erfahlen ein bisschen über den Fällen ermittelt wird. Und das Ganze jetzt sich natürlich etwas gezogen hat, nachdem wir dann mit Rückspringen mit der Staatsanwaltschaft gehalten haben. Und die Staatsanwaltschaft dann gesagt hat, dass er arrestiert wird bei uns bis morgen. Und dann morgen unser Ermittlungsdienst das weiter bearbeiten muss. Und die Möglichkeit besteht, dass aufgrund des jetzt auch ein Haft muss. Inzwischen ist es dunkel geworden. Peter und Michael sind wieder auf der A3 unterwegs. Also jetzt ist es an uns ein VW Golf mit holländischen Ausfuhrkennzeichen vorbeigefahren. Genau, das ist uns ein sogenanntes Exportkennzeichen niederländisch. Wenn der Fahrzeug dort gekauft wird und dann ins Ausland verbracht wird, dann dort wieder zuzulassen. Michael und Peter geben sich als Polizisten zu erkennen und ziehen den Wagen auf den nächsten Rastplatz. Ich glaube, bei so kleineren Kontrollen, wenn das Fahrzeug ausgeführt wird, kommt es auch schon öfter mal vor, dass sie sich teilweise noch mit so einem holländischen Souvenirs eindecken. Doch dieser Fahrer hat ein ganz anderes Problem. Okay, dann passen Sie kurz auf. Ich belese das Ganze ganz kurz. Sie sind jetzt Beschuldigungen im Strafverfahren. Dieser serbische Führerschein ist nämlich eine Fälschung. Und jetzt wird es nochmal auf demnen теперьส Abonnieren.